Liebe Freunde, wir sind's mal wieder, Paul und ich. Wir haben was ganz besonderes mit euch vor und zwar ist ja heute Donnerstag, wir fahren jetzt los zum Splash Festival. Zelten auf einem normalen Zeltplatz natürlich wie jedes Jahr. Am Freitag, also morgen, ist es Masi Motto Soundsystem, Battle King Tour, Robert Koch, Samstag der große Materia-Auftritt, Sonntag Frauenfeld und wir schenken euch jeden Tag ein Tour-Blog, ein Video, was wir... Ach, scheiß drauf, weißt du? Also, das Ding ist, wir sind jetzt hier schon am Splash und wir machen so ein neues Intro, weil David Daub, der Trottel, hat was gefilmt, wir haben Curry 36, Riesen-Intro gemacht, saulustige Witze, das mit dem Sound hat nicht richtig geklappt, weil er... Das Kabel vom Mikro war nicht drin, wollt ihr mal kurz das eigentliche Intro kurz sehen vom Sound her? Komm, schneiden wir mal rein. Nicht nur ein Kleinblock, sondern jetzt geht's los, wir haben heute Hotfrontal heute. Donnerstag, in vier Tage nehmen wir euch wieder mit, wir fangen an. Ja, super. Trottel, bravo, David, 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 schwul, homosexuell, schwul, homosexuell. Also, das ist unser Intro, wir sind wieder Donnerstagabend, kommt mal mit, was wir so gemacht haben. Wir gehen jetzt, glaube ich, vielleicht einkaufen. Wir gehen einkaufen. Hey! Oh, wie auch immer, bei jedem Festival braucht man auch ein Maskottuch. Wir haben mal den dicken Bär sonst gehabt, aber der ist ja jetzt schon dabei. So, wir haben mal die Dumbo-Ratte. Und dann ist es immer am Schwanz. Paul-Pack. Ja, Paul-Pack. Paul-Pack, das ist unsere... Dumbo-Ratte. Paul-Pack. Und sein Maskottchen. Tschüss. 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 Viel Spaß beim Gespräch noch. So, wir haben sogar den Beleg bekommen. Und es gibt ja nur einen vernünftigen Ort, wo man einen Beleg reinmacht, und zwar in den Mund. Auf die Zunge. Und hier ist auf jeden Fall ganz glücklich. Gibt es auf jeden Fall echt viele geile Säulen, also muss man schon mal sagen. Wie heißt sie denn? Werbel. Werbel. Werbel? Meine Schwiegermutter heißt Werbel. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie. 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 Ihr seht. Splash Festival. Schellplatz. Angekommen. Mitten im Schilf. Baden. Wahnsinnig gute Temperatur. So wie ihr sehen könnt. Ja. Baruck. Terrier. Hannes. Wissen. Was macht die denn da auch mit der? Ja. 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 Tschüss Paul. Oh das hat man die Handball bekommen. Wo ist Material? Mein Rapp. Mein Rapp. Mein Rapp. Mein Rapp. Oh das hat er haltet. Oh. 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 Schritt zurück hin. Ja. Verstehen. Aufwärtig stehen bleiben. Oh. 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 Nehmann. 32 Euro. 90 Euro. Boah. Ye, scheiße. fondo. Hahaha. Ha 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 ha. Mega geil. Ha ha ha. Mega geil. Sa bei mir an meiner聯係 side runter, Herr Professor. Edwin. So meine Freunde, Donnerstagabend hier beim Splash, ich hoffe ihr habt Spaß gehabt mit uns. Also es war jetzt der erste Teil von unserer wahnsinnigen Splash Frauenfeld Reihe und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Wir sind jetzt am Grillen. Und gleich geht's ins Zelt, gleich gehen die Konzerte los. Da sind Leute wie Herr van Grau, Fahad, Rav Camora, alle am Start und natürlich freuen wir uns auch ganz besonders auf Nate. Nate, Nate, Nate. Zelt von Nate? Digga, Alter. Bestes Street Rapper seit 10 Jahren. Also ernsthaft, richtig. Auf jeden Fall. Feilen voll ab. Feilen Nate. Put das allerbeste. Materia, hau ripp du. Splash. Bis morgen. und drinnen undить. Allerbeste geblieben. Alle gegen die Ecken zu greifen, tut mir schwul und gegen jede drin und alles Grimm, wenn es die zu ist. Es ist der Boss, die macht er es auf Wasser, dann er es freu. Sie ist der Partei, der schon mit Wind, sich der im Spiel herbeige wollen. Krüfer ist bei mir und seine Zeit, die Zeit ist mit der Zeit, und ganz nach Ruhe und Dein Gedieber macht, gemeinsame, zwar scheiße! Erst auf todos, verschiedene Küsten Trennen für alle 304. Beide in großen Rennen, alles gut, auch gut ist mehr als ein Mittagessen. Und es ist mehr als ein Mittagessen.